Oh ne, das war auch so klar. Das habe ich doch irgendwie erwartet. Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Gutes Argument. Also gut, du roter Abschaum. Biete zu deinem Marx oder sonst wem. Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. Oh, geiler Sprung. Eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. Du bist mir nur schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Hunter's Zeichen. Ich bringe dich besser zu mir, Larry. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Scheiße, wie heißt die Truppe nochmal? Jetzt fällt es mir nicht ein. Halt diese spezielle Elite-Truppe. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. Pavel, das ist der Plan. Du bringst ihn mit dem Panzerwagen zu unserer Dreisine. Dann nur noch das Loch und die schwarze Station. Und was ist mit dem Auftrag? Miller gibt dir einen Orden, wenn du Neuigkeiten von Hunter bringst. Ich mach den Auftrag alleine. Wir treffen uns in der schwarzen Station. Sei vorsichtig da draußen. Du solltest das Geschütz bemangen. Dann kann man dich schlechter sehen. Ich hoffe, du weißt, wie man ein MG benutzt. Zielen abdrücken. doch bitte, viel Glück! Ah, D! Au, leib ich dachte mit der Maus kann ich das bewegen. Wie weit kann ich? Okay, ich hab 360 Grad. Das ist ja eckig. Du kannst zur Seite nur zielen mit W... äh, mit A und D. Hoch und runter geht mit der Maus. Drücken Sie E. Ah, Hupe. Drücken Sie E. Was macht ihr hier draußen? Dieses Fahrzeug steht nicht auf dem Transportplan. Äh, wir... Wir wurden zur vordersten Streckensperre geschickt, Herr Offizier. Müssen Moon liefern. Die haben ihre Moon-Lieferung bereits bekommen. Wer sind sie? Heben sie ihr Visier an. Halt! Hover! Fahrzeuge bemannen! Ja, ich dreh ja schon. Hallo, ich kann ja mal sterben. Das war das Auto, das ich mal getroffen hatte. Okay, der Fahrer ist tot. Boom! Oh, kommt die denn jetzt witzig hier? Äh, welches links? Meins oder deins? Pfeind zur linken! Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Alter. Alter, diese Steuerung von dieser Kanone ist kacke. Alter, ich seh nichts. Jetzt fahr doch mal da vorne durch, Alter. Endlich. Oh mein Gott, es ist ein Panzer! Was? Mach keine Panzer. Oh shit. Oh, das klingt nicht gut. Äh, das klingt nicht gut. Ich glaube, wir müssen aussteigen. Hallo? Was machst du da? Wer zur Hölle? Man sieht halt gar nichts. Oh, endlich. Also jetzt ist ja auch ein ganz schönes Stück gefahren. Wo sind wir jetzt? Was ist das denn hier? Wo? Was ist das denn hier? Sackgasse? Sackgasse. Holy shit. Schlüssel. Oh, ein Schlüssel. Nice. Oh, hier gibt es richtig Munition. Hier gibt es noch mal Filter. Aber Filter scheinbar nicht. Warte mal. Ist doch bestimmt kaputt, oder? Ne, die ist ganz. Cool. Voll. 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 Ist auch voll. Wieder Bolzen. Was ist das? Das ist wieder Luftdruckkanone. Wenn, dann will ich mal die Armbrust haben. Wenn, dann will ich mal die Armbrust haben, oder was auch immer man bekommt, ich weiß es nicht. Bei Pfeile könnte ja vieles sein. Ich schätze mal, dass es eine Armbrust ist. Würde mal am meisten Sinn machen. Wagenkampf. Und das nennt, nennt die einen Plan. Die Tunnelratten würden bereits in unseren Knochen nagen. Und wenn, wenn wir nicht wahnsinnig Glück gehabt hätten. Ulmans Plan bestand nur aus zwei Teilen. Wahnsinnig und Überraschung. Niemand von den Faschisten hatte erwartet, dass wir einen Schienenwagen erobern. Und außerdem haben die keinen Blitzangriff von hinten erwartet. Ich habe keine Gewissensbisse. Die Zeiten des gesittenen Krieges sind vorbei. Wenn du in den Rücken stechen musst, um zu überleben, dann tun wir hier in der Metro das ohne mit der Wimper zu zucken. Und dann schlagen wir noch einmal zu. Wichtig ist nur, selbst Rückendeckung zu haben. Ulman. Ja, den Namen kenn ich auch. Also wie gesagt, aus den Büchern. Hm, du hast nen Leuchttapel in meinem Mund. Nach unserem Gefecht mit den Faschisten schien der Weg einfacher zu werden. Wieder einmal lag ich falsch. Ah, man hat gerade auf der Karte gesehen, dass wir einen guten Sprung gemacht haben. Fast da. Ulman müsste an der schwarzen Station warten. Vorsicht, Ulman! Verdammt! Mussten die all diesen Schrott bauen. Was auch sonst wirst du erschlagen. Also, ducken oder schießen. Ja. Unheimlich hier. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, dann bist du tot. Dann gab es diesen Vorfall. Nur seine Stiefel blieben übrig. Nur. Okay. Hör zu. Wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein. Aber sei auf alles gefasst. Nicht. Hier muss jemand sein. Erledige ihn, Option. Schließ die Tore. Das ist der Start. Jetzt müssen wir schnell wieder aufkommen. Wow. Was? Und los! Wir werden auf die Werkung. Werte, dass wir nicht stehen bleiben. Immer schön ins Gesicht. Nice. Oh. Nice. Okay. Wir sind durch. Was ist das? Medicate und Munition. Ah, wie gibt's denn Munition? Alles klar. Die schießen immer noch auf uns. Oh, vor uns. Was ist das denn? Ist die Metro Auber nach der Bahn? Ach, hier ist der Koffer. Oh lol, den hab ich nicht gesehen. Granaten nutzt auch, okay. Was hab ich denn eigentlich nimmer? Brandgranaten, ja. Ich benutze die eh zu selten. Boah, ich glaube hier unten ist nicht mehr so geil. Das Depot. Ich habe so viel davon gehört. So sieht es also aus. Das Depot. Äh... Knurrt was? Gubbel? Oh nein, nicht das schon wieder. Losaris? Zollte sie, sonst kommen wir nie hier raus. Oh oh. Ja. Ja. Alter. Willst du mal sterben? aber mir reicht es ja auch nicht das nicht die nicht würde ich nicht Prozent jetzt steuert niemand mehr wir werden immer oh Gott ich werde immer schneller kann das würde eigentlich das Licht ausmachen geht das? nee oh fuck oh fuck alter das war knapp holy shit alter unsere Gasmaske ist schon wieder angeschlagen ich glaube ich muss da rein oder muss ich hier weiter? hier ist eine Falle guck mal jetzt kurz ins Rohr ich weiß gar nicht ob ich da überhaupt rein kann was sah irgendwie so aus oh ich komme hier rein tatsächlich andere Richtung ah guck mal das hat mir jetzt nicht so viel geholfen haben wir noch die Gasmaske auf ja ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen aber man sieht es an den Rissen an der Seite immer auch dass sie schon etwas beschlagen äh äh zerschlagen ist oh oh war doch richtig nach Pavels Tod war ich allein Pavel irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen Pullman treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen um Guck mal, wir sind jetzt schon einmal im Süden angekommen. Also am südlichen Ringteil. Uah! Oh, ist das eklig. Oh, ist das ekelhaft. Oh, no. Ich hör's doch. Nicht die Dosen berühren. Äh. Freund oder Feind? Ah Gott, das wollte ich gar nicht. Ich vergesse mal, dass man der Waffe nicht zielen kann. Sieht aber aus wie Freund. Ja, ist Freund. Ein Mensch? Aber wie? Komm her, schnell! Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier tief in der Scheiße. Und tun jetzt auch. Ja, äh, überall steckt hier in der Scheiße. Nach der ganzen verdammten Metro. Dylan? Hallo? Entschuldigung? Lässt du mich rein? Ich weiß nicht, was du hier draußen machst. Aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird Ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen. Äh, Entschuldigung, aber was meintest du gerade mit, nimm die Reste der Munition mit? Scheiße! Kein Licht mehr! Ruhig bleiben! Was zur Hölle? Oh, fuck. Ah, ich Gott. Immer wieder das Gleiche. Immer schön vier Schuss verschwenden. Ähm, sind es die Schwarzen, die jetzt kommen? Das ist nicht normal. Die nehme ich noch mit. Aufstehen! Alle in Ordnung! Wir haben Verluste! So ein schöner Tag heute. Gar nicht leinweilig. Verdammt, 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 verdammt! Oh, oh. Die Glocken haben aufgehört. Wir sind alle erledigt! Geimpfte Feiglinge! Da kommen sie. Die Glocken haben aufgehört, verdammt, 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 verdammt. Ah, nee. Ah, nee. Mit Nachtsicht sieht man schon wer. Alter, was ist das? Für ein, äh, Schall, der hier in der ganzen Zeit kommt. Immer ist das ein anderes Vieh. Das will nicht sterben. Das ist ein anderes Vieh. Ah, die Viecher. Die machen irgendeinen Schall auf mich. Okay. Wow. Ah. Verdammt, 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 verdammt! Wir sind alle erledigt! Kämpfte Feiglinge! Hmmmm. Da kommt er. Oh fuck. Feige Taste. Alter, wieso kommen die denn immer... Ich hasse, ganz ehrlich, ich hasse so eine Spiele, wo die KI immer nur auf dich fokussiert ist und nie die anderen angreift. Was soll denn das? Das ist eigentlich voll dumm. Hm? Wo denn? Wie kommt der denn jetzt schon wieder zu mir? Wo ist er da? Was soll ich denn... Alter Schwede Habe ich es geschafft? Bin ich tot? Ich glaube nicht. Ich lebe noch. Und ich bin der einzige Überlebende, schätze ich mal. Das wollte ich nicht. Wir legen die Gasmaske erstmal ab. Laden nach. Ich glaube, wir sind die einzigen Überlebenden. Ach du Scheiße ey. Das war wieder heftig. Du bist tot. Er ist auch tot. Holy shit. Was war das gerade? Boah, haben wir überlebt. Oh, jetzt komme ich hier durch. Es sind zu viele Mutanten durchgekommen. Polis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt. Wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation. Kontaktiere Polis. Und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Okay. Hier hätte ich gerne gestanden. Achso, das ist keine Tür. Ich dachte gerade, das wäre eine Tür. Ich muss uns jetzt mal überlegen, wo ich hier überhaupt landen muss. Moon. Sehr gut. Kann ich, habe ich jetzt hier? Ne. Ich habe jetzt hier auch die Munition. Was ist jetzt aus Versehen? Ich habe jetzt die Munition erstmal hier reingeladen, weil die andere leer ist. Muss ich mit dem Ding hier fahren? Darf ich mit dem Ding hier fahren? Nein. Ich muss laufen.